Hätten wir mit Finn gesprochen und alles wäre dann trotzdem gut gegangen, hätte Finn uns verraten können, damit er vielleicht ein bisschen straffreier rausgeht aus der Sache. Jetzt geht's nach Nevada. Life is Strange 2, Episode 4, Faith John hat natürlich jetzt auch seine Großeltern enttäuscht, weil er abgehauen ist und die dachten, jetzt wird alles wieder gut. Nevada. Wir haben den Bundesstaat erreicht. Voller Optimismus ist schon auf dem Weg nach Daniel. Hatte Daniel vielleicht schon vorm Einbruch bei Meryl den Plan gehabt, sich abzusetzen? Hatte Daniel vielleicht schon vorm Einbruch bei Meryl den Plan gehabt, sich abzusetzen? Aber passt das dann ganz genau mit dem, was da im Buch steht? Nicht nachdenken. Es gibt ja viele, die einfach rechts ranfahren oder an einer Raststätte anhalten und dann einfach im Auto pennen. Ich glaube, das ist mein Zimmer für die Nacht. Verdammt. Ich werde es nicht bis zum Havenpunkt halten. Zigaretten. Zigaretten. Die Visitenkarte des Agent. Kram des Besitzers. Sie sieht gut aus. Sorry, ich habe dein Auto verloren, Leute. Und schon wieder eine fremde Familie, die wir kennenlernen, aber nicht sehen. Scheiße. Ich glaube, ich habe ihre Zeit ziemlich schlecht verbrannt. Wie in den vergangenen drei Episoden. Personen, die wir nicht kennenlernen, aber irgendwie doch. Okay. Havenpoint ist direkt vor. Nur ein paar Stunden weiter. Dort. Und hier ist das Krankenhaus. Nur auf dem Highway fahren kann ja jeder. Jetzt kommt das mit den Augen. Jetzt müssen wir es richtig machen. Oh, er gibt uns nur eins vor. Alright. Careful. Ah, ich mag... Könnt ihr das ab, wenn da jemand bei euch im Auge rumpult? Ich bin froh, dass ich kein Brillenträger bin oder Kontaktlösen brauche. Ich bin froh, dass ich das nicht brauche. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das immer benutzen sollte. Das ne ruhige Nacht wird... Anscheinend. Ich glaube, das Auto macht schlapp. So was hatten wir im Befordesturm auch. So was ist der Verdikt für das neue Auto? Ich weiß es ist nicht ein neues Board, aber es hat vier hohe Räume. Danke für das Ende, Dad. Ein perfektes Reward für dein excellentes Reportcard. Sein Vater war immer an einem Wagen am Schrauben, den er schon einen Abschluss geschenkt hätte. Du bist der coolste. Oder ist das schon wieder ein Traum? Es ist ein Traum. Läuft okay, nicht viel zu besprechen. Neue Dinge probieren. Dann vermisse ich sie irgendwie. Keine Sorge. Okay. 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 Keep your secrets to yourself. Okay. 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 Besser als schnell und unvorsichtig. Jetzt holt ihn die Wirklichkeit ein, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin ein, aber... Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Aber das ist alles Teil des Größten. Ich weiß. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin ein. Ich bin total Vertrauen, Sean. Ich bin ein Diaz. Du warst zu Rome. Und du gehst. Ich bin dein Weg nach Hause. Gott. Ich liebe dich, Dad. Ich liebe dich. Ich wünsche dir mehr. Du hast mir gesagt. Du hast mir gesagt. Du hast mir gezeigt. By the way... Hey! Wake up! Bitte die? Huh? Was? Ja. Wirklich? Wirklich? Oh. Oh, Mann. Ich war schwinde. Oh, ja? Komm raus, Mann. Wer ist das denn? Ein verdammter Kind. Geh raus! Äh... Ich war schwinde. Schau. Ich bin weg, okay? Nein, du bist nicht. Steck raus, oder ich kenne die Polizei. Du willst das nicht, Mann. Okay, okay. Ich komme. Hold on. Good. Now we can see you. So tell us what the fuck you're doing on our land. Hab ich doch grad gesagt. I... drove for so long. I... I had to pull over to get some rest, you know? I swear. I had no idea this was your property. There's a fucking sign. Didn't you see it? Nee, es war dunkel. I... Was too exhausted. I guess I missed it. Hmm. He's just a kid and he's hurt. Look. What happened to your eye? When... ... 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